Nach der Helikopternummer hatte sie davon gesprochen, dass die Medien eine Kampagne gegen sie fahren würden. Werte Frau Lambrecht, niemand musste eine Kampagne gegen sie fahren, bei all den Verfehlungen, die sie sich geleistet haben. Wer diese ohnehin schon desolate Bundeswehr so bescheiden offenkundig desinteressiert, ja fast schon würdelos leitet und respektlos dieses Amt bekleidet, der fällt höchstens eine Kampagne gegen sich selbst.